Hallihallo und herzlich willkommen liebe Freunde von uns und wir haben also an diesem wunderherrlichen Samstag erstmal bei Games und Gerstensapf letzte Woche Philipp weißt du noch damals haben wir Dark gespielt. Ja ich kann mich dunkel erinnern. Schnitt und raus. Kennst du das noch? Das ist Full House. Das ist aus Full House. Da gab es diesen einen Typen der immer gedacht hat, der in Wirklichkeit auch Comedian war. Onkel Joey, der mit der Blonde. Die waren alle blond. Und das Mädchen war auch blond. Sondern das in Wirklichkeit zwei Personen sind. Das kleine Mädchen meinst du? Die älsten Twins. Die älsten Zwillinge. Ich hab das nie, als ich das rausgefunden habe, dann... Da hast du es nicht mehr geguckt. Da hab ich gesagt, du bist ja Betrug. Die wohnen ja gar nicht in dem Haus zusammen. Richtig. Das ist ja gar nicht voll, das Haus. Genau, das hat ja auch nur drei Wände. Vorne ist das ja offen. Ja. Das ist ja... Trotzdem hätten wir mit der Kamera auch gar nicht reingehen können und so. Merkt man nicht. Das ist ganz merkwürdig. Die 90er. Das stimmt, die 90er. Damals waren ja auch alle unter einem Dach. Kennst du noch? Alle mit Steve Urkel? Das stimmt, das war auch gut. Das Steve Urkel. Und hier Caro Winslow. Gott, dass du das nochmal... Ich kenn Steve Urkel halt ich noch. Den Rest hätt ich hier nicht. Ich kenn noch Bill Cosby Show, kenn ich noch. Aber die ist ja noch alter. Mit Theo. Da waren sogar die Witze noch schon so... Ja, ja, da alle Bill Cosby. Um den geht es jetzt aber nicht. Nee. Dafür einen anderen alten Bekannten der Videospielbranche. Richtig. Und zwar... Ihr werdet wahrscheinlich schon... Wir haben ja auf Facebook immer kurz die Umfrage gestellt. Wir haben es ja sofort genannt. Wir können euch ja nichts vormachen. Es ist natürlich Splinter Cell im sechsten Teil. Blacklist seines Zeichens. Möchte es gerne genannt werden. Möchte es gerne genannt werden. Du kannst mich auch Blacky nennen. Genau. Wir sind das ja Blacky. Wir spielen dich heute ein bisschen. Genau. Wir hätten ja viel zur Auswahl gehabt. Jetzt momentan ist ja viel erschienen. XCOM, The Bureau, Declassified. Nur um die großen Niedel zu nennen. Weil die kleinen, die interessieren uns ja nicht so. Das stimmt. Und von Blacklist hat man auch wenig gehört. Also ich habe es nicht so dann am Ende mehr auf dem Radar gehabt. Da wurden viele andere Spiele rausgebracht oder jetzt viel besser vermarktet. Von Blacklist habe ich persönlich nur einen einzigen Trailer gesehen. Ja, ich habe auch, glaube ich, zwei oder drei Videos gesehen. Also der gute Sam macht seinem Ruf alle Ehre und ist ziemlich unter dem Radar geflogen. Genau. Sozusagen. Genau. Und das steigen wir jetzt rein. Ihr seht es aber schon am Video. Anhand dieser langen Anmoderation könnt ihr auch deuten, dass das Video auch ein bisschen länger wird. So um die eine Stunde. Genau. Wir haben uns gedacht, das hat ja auch einen Grund. Wir sind ja nicht blöd und machen, oh guck mal, heute machen wir auch eine Stunde. Doch, das machen wir auch manchmal. Ja, machen wir auch manchmal. Manchmal passiert das einfach. Ja. Aber diesmal hat das einen Grund. Und zwar, weil wir ja auf GTA 5 warten. Richtig. Und das haben die Entwickler bzw. die Publisher haben das zu so einem blöden Zeitpunkt auf den Markt geschmissen, dass sie nicht mal auf uns Rücksicht genommen haben. Richtig. Also wir haben, bis wir GTA 5 hier auf dem Channel haben, was wir ja relativ zeitnah euch zeigen wollen, haben wir nur noch drei Wochenenden. Das heißt, drei Samstage, wo Games und Gastensaft mit diesem tollen Spiel erscheinen. Und anstatt nur anderthalb Stunden von Blacklist zu zeigen, was wir dem Spiel einfach nicht zumuten wollen, weil es ist bestimmt ziemlich gut, haben wir uns gedacht, zwei, drei Stunden, da bleiben wir uns treu und da machen wir jetzt halt drei Stunden nicht in sechs Teilen, sondern drei Stunden in drei Teilen. Also quasi kompakt zusammenge... Genau. Und... Da geht's los. Nach gefühlten 50 Minuten Anmoderation. Ja, 50 Minuten, das war's. Nein. Dann springen wir jetzt mal ins Spiel rein. Wir haben noch keine einzige Sekunde gespielt. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben erfahren, dass es da ein HD-Texturenpack gibt. Das haben wir jetzt die letzten 43 Stunden installiert. Also gefühlt. Und... Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Genau. So, wir sind im Menü. Ihr seht hier schon wunderschön, wie alles binselt und bamselt. Ich brauche noch Ton. Und ich drücke Start. Wo legen wir denn unseren? Na auf der Bummiplatte. Wie sich das gehört. So. Hast du Ton? Ich hab Ton. Ja. Toll. Ich bin ein Cut. Ach nein. Ach ne, doch nicht. So. Normal machen wir, oder? Nein. Perfektionist. Keine Eliminierungs-Fersicht. Eieieiei. Nein, wir wollen ja schon... Realistisch halt. Ne, oder? Wie heißt's? Oh, ist jetzt los. Wir geht gleich los. Brigadier General Clark McGowan. Ich brauche... Ah, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich aber das HD-Texturenpack. Ja, das stimmt. Die Texturen sind ziemlich... Ja, das stimmt. Also die, gerade die äh... Ziemlich HD, ne? Also die sind doch ziemlich hoch aufgelöst, die Texturen, vor allem in der Kleidung. Ähm, warum schießen die Soldaten auf andere Soldaten? Schick den Sicherungs-Trupp rein! Wir haben einen Code H! Wow! Ach, Schiss! Fendi Fire! Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen! Okay. Amerika wird euch holen. Unnötig General. Willkommen freiwillig. Amerika wird euch holen. Okay, Amerikaner haben Amerikaner überfallen. Zur Abwechslung mal keine, äh, arabischen Terroristen. Ach, das stimmt. Aber die hatten ja auch nur amerikanische... Raus Auftrag, keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Ist doch. Das hemmt. Oder? Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. What? Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein! Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Ich hab das gerade... Hey, sorry. Ich hab das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Wie weiß ich. Ja. Ja. Wie es in der Army Nummer ist. Sam. Bruderliebe. Kameradenliebe. Wie, wie, wie manchmal auch warum. Abrücken. Okay. Also wir sind unbewaffnet. Ja. Wir sind auf ein kleines... Messer haben wir. Upload. Also die haben zumindest... sind drin. Amerikanische... Uniform. Ja, sie könnten auch was anderes sein. Aber... Was mich jetzt gerade verwundert... Hier König. Es geht los. König? König. Hier König. Major König. Weil du den Film kennst, ne? Animated Gates. Duell Animated Gates. Mit dem guten Ed Harris. Genau. Und Dingens. Den anderen interessiert doch keinen. Ed Harris ist die coole Sau in dem Film. Stimmt. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich... Judge Law. Judge. Judge Dredd. Hat auch was mit Law zu tun. Nein, das heißt sicher nein. Hör auf die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen's mir so leicht. Ist das etwa Kritik an der... Äh... Das wär ja vorgegriffen. Von Ubisoft. Naja, klar. NSA Prism Geschichte. Spitzenklasse. UbiSoft. Daumen nach oben. Wenn das so gemeint war, mach mal so. Lass ihn. Beifallspunkt, hier alles okay. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Okay. Das. Andersen Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Ich hab keinen Plan, worum's grad geht. Bin sehr verwirrt. Und Sam sieht nicht mehr aus wie Sam. Das Funkgerät ist klasse. Andersen Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauber Landeplatz Alpha 9. Ach egal, wir hängen scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zum Accounts Poker-Partie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Erst sagt er hier, keine Waffen auf dem Flugplatz. Und dann scheiß auf die Vorschriften. Ist das denn jetzt kaputt? Lass ihn. Jetzt war wohl ein Kamerad von denen. Jaja, das ist der andere. Okay. Ich komm mir grad so vor, als ob wir irgendwie mitten in der Starbill sind. Und nicht irgendwie am Anfang. Also... Ja, das stimmt. Unformuliert. Ja. Nennt man das auch. Ich mein, das find ich ja gut. Aber ich hab hier überhaupt gar keine... Wer ist wer? Warum? Wo sie... Also... Sam scheint auf derselben Basis zu sein, wie die Typen diese... Weil da ist es Feuerwerk gerade. Eieieiei. Ist das Gerenne, das ist der Spielkraft? Jetzt ging das hier weg. Ach du Scheiße! Ich muss mal gucken. Schau mal nochmal. Weil... Es ist wieder mal ja so... Zeigt... Also wenn das Spielgrafik ist, zeigt es mal wieder, dass diese alte Konsole noch relativ... äh... Gude Grafik dabei zaubern kann. Wenn man vorher drei Stunden... Texturen packt. Wahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt sind wir abgestürzt. Haben das überlebt. Wir... Ist das egal. Ja, wir sind Sam Fischer. Eben. Wir haben äh... Wäre ein doofes Spiel, wenn der jetzt nicht überlebt. Ja, wir haben einen Anti-Aufprallschutz. Das stimmt. Eingebaut Airbag. Ja. Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Schwing den? Wir sind wie ein leichtes Ziel. Für wen? Ja. Die wissen also gleich, dass es... Hilf mich jetzt fest. Das Satellitentelefon. Ja? Scheiße! Was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt dabei. Bei uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter nem LKW. Alle Funkfrequenzen sind aufgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Hä? Wie kommst du darauf? Du darfst, würd's genau so machen. Sei wachsam, Sam. Jetzt geht's mal los, glaub ich. Ja, du darfst. Ich darf. Ich darf auch nicht. Doch, das ist also alles Spiel-Grafikrad gewesen. Jetzt darf ich, ja. Sieht also nicht schlecht aus. Vor allem, es ist... Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Das ist natürlich wieder ein Dober-Zufall. Mhm. Es werkelt, meines Wissens nach, dieselbe Engine wie bei Conviction in diesem Spiel. Bloß eben jetzt noch nicht mit dem HD-Textur vergesst. Scheiße, das war kein Mauerzer. Klang nach Katushas. Runter. Runter. Er ist da drüben. Bin dran. Fliegt. Hä? Also, ich hab hier keinen Plan. Woher wissen die, dass die angegriffen wurden? Da kann doch einfach irgendwas hochgegangen sein in so einem Munitionsdepot. Hat einer geraucht, zum Beispiel. Die Lichter... Deine Ausrüstung flackern, wenn du im Schatten steckt wirst. Flackern auf. Flackern auf. Genau. Flackern auf. Flackern auf. Ah, scheiße. Das ist wahrscheinlich ein guter gewesen, nehm ich mal an. Ach so, wir haben übrigens die Regeln, sind, wie bei jedem Splinter-Star, wenn wir entdeckt werden... Äh... Äh... Ja. Gibt Bier. Richtig. Äh... Toll. Liebes Spiel. Ganz toll. Das macht so ein bisschen Sinn. Und jetzt? Was muss ich jetzt? Hochhelfen. Was macht der? Was macht... Sam! Was tust du? Genau. Jetzt wird er erschossen. Wetten. Es ist auch zu früh. Interessant. Ähm... Ja, das mal hoch. Die Deckung. Die Deckung. Das ist doch... Deckung. Äh... Es erfasst das die Möglichkeit... Ah, und tippe A an. Um dich in Bewegung zu setzen. Siehst du? Also dieses Deckungsdex. Achso, wie? Ja, ja. Bestandbar. Das ist doch nur nett. Ja. Es sieht sehr nett aus. Muss man dazu sagen. Die bravo Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut. Denn der hier macht's nicht mehr lange. Schalten wir die Kamera ein. Ja, kleinen Moment. Ach, was nach unten? Ich weiß es nicht. Ja, warte. Okay, bereit. Na, aber tödlich bitte. Hallo. Nicht tödlich. Achso, X drin. Juhu. Muss ich ihn jetzt töten? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Plan. Vielleicht er übernimmt den anderen, nehm ich mal. Hoffen wir doch. X. Ach, hat er gerade glaub ich auch gesagt. Ausschalten. Ach, das Gefühl, dass es... Ja, ja, klar. So lange, wenn du gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Du schaltest den Störsender aus. Genau dann weg. Viel Glück. Ja, das haben sie wahrscheinlich auch übernommen. Ja, ist ja auch ganz clever eigentlich. Weil... Jetzt hast du denn sogar ne Waffe. Ich hab ne... Oh! Achja stimmt, das ist ja das Ausschalten. Ja dann! Auf geht's! Da tuckt ja... Da tuckt ja so einiges. Aber wie gesagt, mich stört jetzt gerade, dass die zwei von Anfang an wussten, wir wären angegriffen. Das stimmt. Und dass die auch... Die haben... Diese Jungs haben bestimmt unsere Störsender verwendet. Also... Weiß ich nicht. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht kämpfen. Aber sie können sterben wie die andere. Äh... Eine ominöse Blacklist ist alles. Blacklist. Dein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Keine hübschen Spezialeffekte. Gut, dann machen wir's auf deine Weise. Äh... Ich glaube... Hier ist von dir jetzt auch noch einer. Oder? Hat da einer hingegangen? Ach, ich hab doch geguckt. Das wüsste ich doch. Da ist einer. Und da ist noch einer, ne? Kann ich da ringsrum oder muss ich die aus... Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Fack mich doch nicht. Ja warum nicht? Ich hab das Spiel auch noch nie gespielt. Wie kann ich denn zielen hier? So. Ah, das sind ja drei. Vier. Okay, das ist noch ich. Da. Siehste? Ich wusste doch, dass links von dir noch einer ist. Ja, da. Das ist ja woanders. Das ist ja woanders. Das ist ja woanders. Kann ich ihn jetzt im Nahkampf? Wie mach ich das? Du musst ja was aufploppen wahrscheinlich. Völlig? Willst du alle umbringen? Ja klar. Gut. Du musst... Was denn? Du musst zur anderen Deckung. Du musst in der Nähe von ihm sein. Du kannst ihn doch nicht aus 50 Meter Entfernung hier rumgehen. Das ist nicht alles. Außer mit der Waffe kannst du es aber nicht. Mit dem Messer. Ja. Si Senor. Si Senor. Aha. Spanier. Die Mexikaner sitzen. Kann ich jetzt hier... Kannst da rum. Die schießen ja auf jemand anderen anscheinend. Wenn nicht, dass der Kollege von eben wieder kommt. Ja Senor. Danke Senor. Das ist ja... Ja Senor. Danke Senor. Ja Senor. Danke Senor. Danke Senor. Ha ha ha. Entdeckt. Ja das ist jetzt äh... Ha 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 ha. Oh hä. Achso ne. Ne. Es war... Ja. Knackiger Spiel. Ich hab ja auch gar nichts gesehen. Es ist so hell. Was? Es ist so hell hier. Echt? Ich... 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 Ich seh alles ziemlich gut. Hm. Ich sitz ja in so nem anderen Mikro hier zu diesem Fernseher. Ha ha ha. Die sich echt ausrechnen. Ja das ist ja. Das ist keine Ausrede. Das ist... Ich würde auf der anderen Seite umgehen. Ist da lang? Ja. Ja das hab ich vorhin. Ich dachte mir ich probiere das. Ja hier ist ja viel besser. Nein. Nein. Ja. Ich war doch auf der anderen Seite hier. Super. Da kommt der nächste. Der geht hier ins Schlafen. Schlafen ist was anderes. Ah ich kann den wieder aufheben. Toll. Das konnte man auch lange nicht mehr. In dem letzten Glitter-Sendenteil. Bei Conviction ging es nicht mehr. Ich kann das glaube ich nicht. Ah leg ihn einfach irgendwo hin wo ihn alle sind. Joppa. Ja. Ne das ist ja quasi mein Köder. Mhm. Ja ja. Das ist... Also... Wirklich ausredentechnisch bist du nichts verlegen hier. Ist meine Knifter denn... Ist die Schall gedämpft? Ja. Ja klar steht ja auch gedämpft. Das sehe ich ja alles gar nicht. Hä? Meine abwütenden Augen sollen das erkennen? Das ist ja... Moment. Ein bisschen lang da dann. Was ist der da? Wie kann ich denn... Das sind zwei. Ich weiß nicht wie du ausschalten kannst. Ach das geht wieder wie bei... Ups. Und los. Soll ich mal? Boah hinten laufen auch noch Leute rum. Ja dann musst du dich um die dann auch kümmern. Ne dann mach ich das auch. Die Leute wollen zwar was sehen aber gut. Halt es ihnen halt vor. Schön. Sie wollen ja sehen. Ich hätte sie ausgeschaltet. Wir wollen ja sehen wie ich äh schleiche. Ne? Nicht wie ich äh... Ey wirklich. Echt. Ich hätte... Aber... Dann knifze ich sie jetzt aus. Ne jetzt ist es so zu spät. Ne jetzt muss ich ja sowieso nochmal rabatt vorbei. Und faul. Das meine ich ja. Ohne Flugzeuge und Raketen. Können sie überhaupt nicht treffen. Aber sie können sterben wie jeder andere. Ja. Da denkt doch der sieht mich. Abwarten ich glaube ich. Moment. So haben wir das im Mirawa beigebracht. Dein Ausbilder müsste erschossen werden. Dein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Wir wollen maximalen Schaden. Keine speziellen Effekte. Gut dann machen wir es auf deine Weise. Da hinten ist einer. Aber der muss doch hier auch gleich. Wohohoho. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was sollst du denn machen? Da kam doch aber einer. Nein der kam hier. Ja Sir. Danke Sir. Ey wirklich kurzzeitgedächtnis wie so eine Fliege. Ja das macht es spannender für mich jetzt. Ja das stimmt. Das ist richtig. Jetzt ist ja hier viel mehr. Hätte ich das mal so gemacht sogar am letzten Mal. Hä? Ja jetzt sind ja noch diese zwei Leute am Leben. Da ist ja ein Flungendurchschuss. Wir werden ihn hier wegtragen müssen. Wir fahren niemanden weg. Wir haben keine Zeit dafür. Na? Na? Eins zwei. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Was ist denn da? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist die erste Mission. Das ist die erste Mission. Man möchte dazu sagen, dass ich nichts dafür kann. Ja. Muss man sich hier heilen? Das ist das Call of Duty Prinzip. Du musst nur lang genug in Deckung bleiben und am Daumen sind. Ich sehe ihn ja. Oder aber die 4-4-Ecke dort unten in der Ecke steht für deine Lebensenergie. Das könnte auch so sein. Bevor du jetzt nichts mehr hast. Kannst du mal eine Runde? Ey, das... Ganz ehrlich, das ist... Das ist gar nicht so... Jetzt will ich dich mal sehen. Ich habe vor allem, weil ich ja null Ahnung habe von der Steuerung. Das ist so, und es ist invertiert. Du musst das wieder re-invertieren. Das ist so. Das ist echt... Hier steht ja doch hier so Deckung und Deckung. Das ist ja nicht so. Das ist ja richtig. Ja, das ist halt super für die Leute jetzt wieder. So. Eigentlich hätte ich gedacht, weißt du, ich lasse den Zwinter seit Profi rein. Ich habe auch seit... Seit viel das letzte Mal gemacht. Und ich sage nicht, wir brauchen keine Runde, wir sind derselbe angerührt. So hat man mir das im Iraber beigebracht. Ein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximal schaden. Eine hübsche Spezialeffekte. Gut, dann machen wir es auf deiner Weise. Okay. Da linken ist einer. Ich muss das jetzt umstellen. Ich sag's ja, mach doch. Wie muss ich das umstellen? Einstellung. Oh, das ist so furchtbar. Das tut mir leid, liebe Freunde. Steuerung. Das ist nicht invertiert. Normal. Nein, das ist... Das finde ich ja sowieso schon eine Diskriminierung. Ich spiele dann mal Normal, Dominik. Nein, das ist so nicht direkt. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Dringen Sie da und da an. Ich würde lachen. Danke, Sir. Das ist schon ganz schön der Hörner. Ich würde so lachen. Wirklich. Also verpassen Sie mir, die Kollegen, die kommen soll, dass es mit X ist dann nackern. X ist nackern. Und ansonsten mit einem rechten Bumper musst du... Wir werden ihn hier wegtragen müssen. Wir tragen niemanden weg. Wir haben keine Zeit dafür. Aha. Ich bin hier. Warte mal, ganz ruhig. Wie war... Anvisieren? RB. Das ist 3. Ja, das ist ja jetzt keine Kunst, nachdem ich hier gezeigt habe, wie das... Hey, wirklich. Ohne Spaß. Du hast diese... Du hast doch schon dreimal dieselbe Mission. Das ist... Also, liebe Freunde, ihr habt es gerade gesehen, als ich war wirklich gerade am Pet. Also. Ja, jetzt mal eine Situation, die du noch nicht kennst hier. Okay, halt durch, Kleiner. Wir holen jetzt die Ferne. Ja, das machen wir erst mal. Das ist so schlecht. So. Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Chip Camps, das ist ein Star Trek. Das ist ein Star Trek, okay? Charlie, hast du nicht irgendein Schalter? Äh, dein blauer Knopf? Sam kapiert es auch nicht. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Kumpel, der ist nicht stopp. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Keine Öffnung. Siehst du, ich wusste noch, das ist der Typ, der ihm sich die Handgranate gegeben hat. Ja. Jetzt hat dein Kumpel sich geopfert. Meinst du, der ist tot? Ja. Der hat jetzt die Granatsplitter in den Rücken gekriegt und ich räche ihn. So, ich habe gerade den Prolog geschafft, wollte ich nur sagen. Also mal ganz ehrlich, ich habe ja das Schwierigste schon, die Vorarbeit, die Aufklärungsarbeit musste ich ja wieder machen. Das ist ja, äh, was, das ist, das ist so nicht, äh... Du hast die Mission viermal gemacht. Das ist die, ja, Grimmsdott hier. Wie heißt sie? Ist das die immer noch? Ja. Oder hast du die nicht im vierten, oder fünften Tag bei Conviction irgendwie... Wow. Wow. Okay. Ich glaube, das ist es. Also doch Terroristen maskiert, als US-Soldaten sind in diese Basisreihen. So sieht es aus, Freunde. So sieht es aus. Hm, bis zum nächsten angeboten, nicht so zu scherben. Intro gefällt mir. Story... Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen knack. Wahrscheinlich hat er automatisch runtergestellt, nachdem ich Bama gestorben. Ja, ist klar. Ist er? Oh, Hillary Clinton. Fourth Echelon, nicht mehr Third Echelon. Cool, ich habe jetzt mein eigenes Team. Isaac Briggs. Isaac Briggs. Der Quotenschwarze. Okay, ich muss ja sagen, ich habe ja die Story nicht weiter verfolgt. Was war denn am Ende von Conviction? Top. Du bist der Mann für die Geschichten hier bei uns. Ich habe das ganz verschwommen. Du hast, du wurdest ja gejagt. Ziemlich cool, oder? Und dann nicht mehr. Fliegst du zum ersten Mal? Oder doch noch? Nein. Da will ich mich gar nicht drauf wissen. Irgendwas Neues zur Struktur der Ingenieurs? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit dem Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Die Truppe, die das heißen. Wir haben fünf Tage, bis Amerikas Konsum. Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Wow, high tech. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle. Es bietet alles, was du auch am Boden hast. Ja. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Ja. Probleme, Briggs? Mein Subtermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein. Erklär erstmal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung. Prognose-Software, Foto- und Videoforensik. Das ist denn eine Prognose-Software? Das sagt einfach auch nicht. Ja, nach. Die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Thanks, Obama. Willst du es mit dem du sein liebst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist. Du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Offset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um eine Bude kümmern. Jetzt kannst du dich hören. Och, sag nicht, das ist ja wirklich wie bei Dark. Da hast du auch deine Homebase. Ja, ja, schon. Und jetzt kannst du aber bei deiner Homebase dieses SMI benutzen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Benutz mal das SMI. Hey, Sam, hätte ich fast vergessen. Dein Offset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz als SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann es losgehen. Danke, Charlie. Gebt dem Mann doch einfach eine Knarre und sagt, ey, der und der muss sterben. Das macht doch Sam Fischer schon. Hier, jetzt musst du den Bildschirmrand einstellen. Auf deinem... Nein. Aber das ist ganz nett gemacht. Wie mache ich das? Ach so. So? 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 So ist gut. So? So ist gut. Schieber... Ach, du heilige... Wir machen es mal für dich ein bisschen heller, ne? Ja, das war echt ganz schön dunkel. Du hast ja gesehen, ne? Ja, ich habe alles gesehen. Aber gut. Wow. Was? Jetzt musst du quasi Open World-mäßig... Blacklist-Mission, Koop- und Einzelspieler. Ach, das ist jetzt das Menü. Ach, das ist dein Spielmenü. Krass. Okay. Das ganze... Blacklist, find ich ganz gut. Was ist hier? Paladin. Das ist das Hauptquartier. Das ist quasi dein Flugzeug. Hab ich schon mal gelesen. Okay. Aber wir machen eine... Wir machen ja eine Story weiter, ne? Vermutlich. Geh mal auf irgendwas. Soll ich mal draufklicken? Ja. Hier, die müssen wir so einen Schritt näher zu seinem Ziel... Die Engineers. Die Engineers, siehst du? Ja, klar. Ja. Achten Fuß. Ich habe sogar Zeit, oder was? Sie laufen auch ab. ...de in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunter Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben, weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Thanks, Obama. Jetzt haben die einen von uns erschossen, den guten Gunter Schmidt. Gunter, nein! Wir werden deinen Tod rächen, Gunter. Das sage ich mal. Aber André Kobien, der kommt mir bekannt vor. War er nicht mehr auf drei Dings? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nach dem ersten Teil Splinter Cell aufgehört zu spielen, nach der ersten Mission, mitten in der ersten Mission aufgehört zu spielen. Das wollte ich ja noch sagen. Das wollte ich bei Splinter Cell Conviction eigentlich schon erzählen, wo wir im Koop waren, warum ich diese Serie eigentlich nicht so mag. Also, was heißt nicht mag, aber einfach nicht weitergespielt habe. So, wir müssen jetzt aber hier, das machen wir dann später. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was passiert denn Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Er ist Guam. Festgenommen? Negativ. Ach so? Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Ja, so ist das. Verheimlicht ihr etwas? Er sieht nicht mehr aus wie Sam Frischoff. Sein Name ist Andrew Coben. Erinnert mich, dass es schon ein, äh, Till Schweiger so wie er da steht. Oh Gott. Aber er spricht nicht so. Okay, zum Glück. Aber hier so wie die Augen da. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Siehste? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht, der CIA ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Rex. Du bist jetzt in unserem Team. Genau. Bei den Jungs mit Prism. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur für den Engineers. Niemand verhält ihn außer uns. Wie hieß das andere Programm? Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Die haben doch auch telekinetische... Ach, was machen wir? Ah. Ach so. Aber da musst du dich erst mal gewöhnen an dieser Arsch der Präsentation. Wir starten die Mission. Wir starten die Mission, ja. Zeig mir den Unterschlupf. Zeig mir den Unterschlupf. Äh, den Unterschlupf. Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freiem Zugriff auf... Du hast die Serien spielten vor dem Spielen. Nein, das ist nur das aktuelle Anspiel. Ach so. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnappt dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ein LKW. Wir hätten gerne einen Panzer. Irgendwo hier. So weit alles klar? Irgendwo. No Look. Ander Prinzip. No Look. No Look Point. Wir hätten gerne hier. Wir fliegen nach Benghazi. So macht er seine Aufträge spannend. Oh, die Ausrüstung. Toll. Keine Toten. Benutze Raft und Blendgranaten. Keine Toten. Scheiße. Schade. Ich habe nur Ausrüstung A. Das andere ist gesperrt. Dann nehmen wir die. Würde ich sagen. Kann man die noch anpassen? Ausrüstung A anpassen. Brille. Was ist kaputt? Jetzt kannst du eben noch Nostalz. Liebe Entwickler. Das ist wieder. Das ist so ein Spiel. Das ist ein bisschen too much. Für mich wieder komplett too much. Ausrüstung. So. Ach du Heide. Dann hat er sogar auch Geld. Haftkamera. Geräusche-Emitter. Was nicht alles gibt. Geräusche-Emitter. Haftet. Leute, wenn wir jetzt ein bisschen überfordert sind hier. Nehmt es uns jetzt nicht gerade nicht übel. Also Rauchgranate. Ich war ja vorhin schon überfordert. Schlafgas. Ist noch nicht freigestaltet. Ach. Ich mag das Symbol. Ich mag das Symbol. Drähengas. Oh. Da weinen sie ein bisschen. Setzt chemischen Nebel ein. Der Feinde außer Gefängnis. Das kaufen wir doch sofort. Ideal für Panther-Stile übrigens. Es gibt nämlich drei verschiedene Spielstile. Und ein Haft-EMP der Lampen kurzzeitig deaktiviert. Klar. Das habe ich mir sagen lassen. Das nehmen wir alles mit. Wir haben jetzt Haftkameras. Ja. Geräusche-Emitter. Wollen wir den mitnehmen? Was haftet anwenden? Ablenkung. Wollen wir lieber... Was wollen wir? Haft-EMP oder Geräusche-Emitter? Äh... Das was? Ablenkung oder Licht ausschalten. Licht ausschalten ist gut. Dann... Weil wir im Dunkeln ja so viel sind. Dann eine Rauchgranate, ein Tränengas, das setzt die... Genau. Ruhe. So. Nächstes Mal gibt es Schlafgas. Brille. Können wir uns nicht leisten. Sonar-Impuls. Halt die Fritze. Das ist ja Wahnsinn. What the fuck? Okay, können wir uns alles noch nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Das macht die Auswahl leicht. Handschuhe könnten wir uns leisten. Was ist das erste? Klassische? Ah, Waffenhandhabung. Ah, das verbessert sogar Sachen. Ja. Es ist ja hier wie bei Skyrim fast. Okay. Hose. 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 Tiefel. Okay, können wir uns alles nicht mehr leisten. Lichter. Ja, machen wir ein paar Lichter rein. Das ist ja nur... Weil das ja auch das Wichtigste ist. Ja, klar. Man muss ja auch drauf achten, was... Dass man gut aussieht, wenn man Leute umbringt. Pistole. Ah, guck mal, können wir uns über andere Pistolen. Sekundärwaffen. Eine MP7. Oh, eine MP7. Ja, da heißt es ja wieder die deutschen Waffenexporte. Spezialwaffe, Betäubungswaffe. Sehr gut. Die brauchen wir. Ja. Magazingröße 3. Ja, ja. So viel sich das gehört. Gut, okay. Wollen wir uns noch eine neue Aus... Neue Ausrüstung. Noch eine neue hier... Brille? Ne, Handschuhe konnten wir uns leisten. Hier, die haben wir besserer Waffenhandhaber. Wir brauchen jede Hilfe. Also, ich spiele ja. Von daher, ich brauche die eigentlich nicht. Aber doch, wenn Dominik dann mal vielleicht übernimmt. Genau, dann brauche ich jede Hilfe, die du... Beenden und Mission starten. Los geht's. Aber wenn ich wieder übernehme, dann heißt das ja auch, dass du... Wobei, das wird wahrscheinlich nicht vorkommen. Du kannst in der zweiten Stunde wieder spielen. Ja, ja, das machen wir so. Aber, ähm... Du machst das schon ganz gut. Die Leute wollen ja auch ein bisschen was sehen. Vom Spiel. Wir haben jetzt eigentlich... Nicht die erste Mission. Wenn, ja... Wenn du schon in der ersten Mission scheiterst, dann hast du... Wenn ich noch spielen würde, würden wir immer noch die erste Mission sehen. Hätten wir noch gar nicht hier diese schöne Story und alles gesehen. Super. Das ist das Menü und hast du dich hier sehen? Ich mag Shadow Net. Ich bin super geploppt. Gibt's ja auch wirklich. Okay, Ladewildschirm. Ja, die hat die Texturen, die laden sich nicht von selbst. Ich habe das Schlafgas eingesetzt. Oh, das haben wir auch nicht freigeschaltet. Oh, es geht los. Yes, hier, Benka, also die Libyen, steht auf dem Boden. Gehen wir zu, Ollika Daffi. Der Daffi? Der ist schon tot, ich weiß. Nein, Ubarack war in der Küche. Der kommt jetzt wieder frei. Ich bin gerade angekommen. Es wird sehr politisch hier wieder. Auf dem Platz sind überall Milizen. Hä, wir müssen was machen, damit wir uns nicht mit den... Konditionen absacken. Ja, ja. Hier, Treppen steigen, Treppen steigen. Wow. Ja, das ist da ganz normal. Ha, okay. Wir sollten schnell was sagen, damit wir uns nicht mit den Leuten verschaffen. Auch in Lübien, da wird einfach immer mal so geballert. Wow. Oh, guck mal, die machen gar nichts. Bestätigt, rück hervor. Grim, versuch es weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Ja, du kannst ja jetzt auch, guck mal, der hat auch eine Brille. Cool. Bisschen aus wie der Olle Clooney. So mit der Brille und so. Und hier so rum. Nee, der ist ja auch ein bisschen an George Clooney angelehnt. Ja, stimmt mit seinen dicken Eiern. Ja. Ist ganz nett. Ich sehe ein bisschen aus wie ein übelster Hipster. Yeah. Hipster, äh, Fischer. Hipster Sam. Ja. Ja, ich gehe einfach mal hier so rein. Hilfen? Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. In der Gasse? Ja, in der Gasse ist die Toilette. Machen Sie einfach in die Gasse. Ja. Ja. Er sitzt schon auf dem Pott. Ist besetzt. Ist besetzt. Oder das ist der Toilettenmann. Das ist der, stimmt, das ist der Toilettenmann. Oh, der vierte Teil, nee, der vierte Teil begann auch in der Toilette? Der vierte? Das ist heute, das kann sich schon mal sein. Ich sag dir, das würde kein Spaziergang. Jetzt macht er sich nämlich frisch. Das hat er alles in dem kleinen Anzug gehabt. Äh, in dem kleinen Rucksack. Okay, klar. Schön. Nein, vielleicht hat er auch einige Sachen drunter gehabt. Geht er auch. Riggs, Status. Oh, so, Riggs. Wer noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Militzen da und könnte er auswählen. Wie wird so leise wie möglich sein? Ich gehe jetzt in die Tür. Hier, Philipp, hörst du das? Irgendwas drö- Äh, halb- Ach, nicht tödlich. Oh, oh, das ist, äh, das war oben. Aber gerade war oben, da handeln wir das wahrscheinlich nicht. X, tödlich und nicht tödlich? Achso. X. Nicht tödlich. Genau. X wie bei Briggs. X wie bei Briggs. Ähm, wo ist denn hier die Haft-Emp? Nein, da, hier, nee. MP7, genau. Ja, auf den Gas. Da, da. Ja. Die ist ausgerüstet, ja. Cobin, Finn. André. Okay, ging mal hin. Ja, hier ist ja noch nichts. Oder? Hier ist noch nichts. Da kannst du dich nicht mehr ran. Schwiegen. Verdammt, der letzte war aber schwer. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen nur Cheeseburger und sind tonnen schwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch welche haben können. Doch stattdessen kam er hierher. Wenn du den Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das sein Leben kosten. Was erzählen Sie denn eigentlich? Was ist denn diesen elenden Feigling-Kobel? Film, 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 dein, ja, ja, Ausschalten, Anzeige, die brauchen wir jetzt ja nicht, weil die ist ja, wir würden ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen, könnt ihr euch wegdrehen bitte da hinten, bitte da hinten mal wegdrehen. Danke. Ja, ausschalten ist bereit, gut, okay, aber dafür kann ich ja jetzt rein theoretisch meine Betäubung. Okay. Was ist ja auch mit dem Betäubungs-Thingen? War das labern gehen? Ja, aber das ist doch gedämpft, ich soll doch die Leute nicht umbringen. Das ist doch aber nicht die, oder welche ist das? Das ist jetzt wieder die gedämpfte, der ist jetzt, ich schalte die jetzt mal aus, liebes Spiel, nimm's bitte, den ich übel, ich mach jetzt so. Okay, also sowas ist so viel zu, nicht tödlich. Das sind ja auch die Bösen. Stimmt, die Bösen, die, die, wir sind. Und vielleicht sollst du einfach nur keine libyschen Kinder umbringen. Ich will drunter schauen, die libyschen Kinder. Die Kameras werden ja auch immer schlechter von jedem Teil. Also, der ganze Teil. Aber einfach hat man noch perfekt gesehen, fast. Okay, ich hab noch zweimal ausschalten, okay. Hast du? Interessant. Ach, was man da alles machen kann, ne? Interessant. Noch zweimal ausschalten. Nee, hast du nicht. Doch. Ja, du kannst dich markieren, aber du kannst dich nicht ausschalten. Du wirst dich nicht ausschalten, ne? Sonst würde da rot stehen, hier jetzt ausschalten. So. Dumm. Wie hebe ich die Markierung wieder auf? Wahrscheinlich mit RB wieder. Truppau. Truppau. Genau. Wir haben noch ein bisschen. Ja. Na, oh, K.O. schlagen oder für als menschlichen Schutzhilfe nutzen? Ich kann auch schlack mal auf. Stealth Knockouts. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Legen wir mal hier. Ja, genau. Wir legen hier in die Ecke. Okay, Sam. Sehr unauffällig. Ja, das ist gut. Schalter benutzen. Ich weiß ja gar nicht, für was das ein Schalter ist. Fürs Licht. Das könnte ja sonst was für ein Schalter gewesen sein. Disco-Kugel an oder so. Oh, die habe ich mal glatt um den Gang. Datenpaket einsammeln. Yeah, Geld bringt das. 10.000, was ist denn das für ein USB-Stick? Ist ja aus purem Gold. Ja, ist doch gut. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Die wissen ja ganz viel. Das ist ja toll. Ich habe es drauf. Was ist denn in den Raum rechts von mir? Dann das Fenster auf dem Balkon. Okay. Das ist dein erster Fan. Das ist mein erster Fan! Ah, okay. Das ist ja erst kann. Sie sind ein Verstecker erreichen. Sie müssen unvergültig bleiben. Zivilisten, siehst du? Zivilisten. Die bösen Highlights. Oh, Achtung, der sieht dich! Oh, entdeckt. Kontakt! Vergiss nicht, du hast nicht so viel Leben. Achtung, Granat! Was? Du drückst halt noch das russische Schild auf. Den kann ich nicht. Okay. Okay. Ich war sehr überfordert. Warum konnte ich denn jetzt nicht... Oh, wir sind so schlecht. Wir sind so ganz... Also wir sollten aufhören, Stealth-Spiele zu spielen. Wir sollten anfangen, Spiele zu spielen. Nein, wir spielen die Self-Spiele lieber dreimal eine Stunde. Ja! Nie ganz ehrlich. Kannst du dich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann aus dem Fenster unterm Vorsprung entlang. Okay. Gute Arbeit. Das kann ich denn da machen. Waschbecken. Waschbecken benutzen. Ich kann die Tür schließen, das kann ich. Toll. Super. Gibt es eigentlich so Einsammelsachen oder sowas? Pass mal auf. Wir machen mal voll. Hast du nicht noch eine Etage tiefer? Achso, du hast ja sogar einmal aus. Wir machen mal voll. Der geht... So. Jetzt wird er ein Shoot raus. Du warst zu forsch. War zu forsch. Was ist denn da drin? Hier, du kannst noch hochklettern. Ich weiß nicht, was dir das bringt, aber du kannst hoch. Komm ich da irgendwie höher? Ah! Da, ist es. Jawoll. Ihr kannst es auch so platt machen. Oder ist das ein zivilistes? Wahrscheinlich. Nein. Er hat eine Knarre in der Hand. So dann. Ist ein Glück. Ist ein Glück, dass er eine Knarre in der Hand hatte. Wo steckst du? Hä? Wie? Wo steckst du? Hä? Wie denn? Ich habe eine schallgedämpfte Waffe benutzt. Da steht nicht, dass sie schallgedämpft ist. Sie ist gedämpft. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Jawoll. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. Ausschalten bereit. Händen ist noch einer, ne? Siehst du? Ach da. Wie ziehe ich? Mit linken Trigger. Ey, wie ich es mache. Als ob ich nichts anderes... Das ist eigentlich so ein Entwickler-Gameplay, was ich hier habe, weißt du? Ich zeige alles und ich bin so gut. Ey, warte mal. Wenn ich das habe, habe ich dann auch... Das, wo du durchgucken kannst? Oh, so wechsel ich Waffe. Okay, gut. Links und rechts beim... Aha! Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Wie ist denn hier eigentlich nachladen? Äh, den irgendeinen Stick drücken. Den linken, glaube ich. Den rechten. Genau. Okay. Und du kannst ja dann... Ach so, mit den Updates, die man dann kaufen kann, kann man quasi auch noch die Sachen holen. Ah, gesperrt. Die man zum Beispiel bei Conviction von Haus aus hatte, dass du durch Wände, durch die Gegner sehnt. Okay. Okay, ich muss die Miliz töten oder sie außer für recht setzen. Du hast den Gefangenen rausbekommen. Ja. Ja. Nah ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Okay, sie ist außer Reichweite. Okay, aber er steht natürlich sehr convenient da in der... Okay, er ist schön noch ein bisschen reingefaced zu mir. Nicht gut. Das macht es ja echt leicht. Hier auch so was spielen. Und tschüss, liebe Freunde. Ja, ist noch einer. Ja, du bist nicht gekleckt. Sag ich doch. So macht man das. Das ist Glück. Das ist Glück? Das ist alles Glück. Siehste, gute Arbeit. Das Spiel lobt mich. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Kobin hier ist, Brex. Körperbau Position. Ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Hey, nur mit Dilettanten habe ich es hier zu tun. Einer sitzt neben mir, der muss sofort verschwinden. Okay, alle Optionen und zwar vorgestern. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Hauptset. Das würde mir nichts Gutes, wenn ich irgendwelche Informationen vorgestern hätte, weil ich mich dann heute nicht mehr dran ähne. Ja, Dominik wäre kein guter Sam Fischer. Das ist ein geiler Beamer. Den kam überall Beamer. Verfolger Anruf. Übertrage Ursprungs aus aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ich würde den übelst hier... Brex? Im Auge, wenn ich das... Ja, verstanden. Oh, jetzt ist die Kacke am Dampf. Zeugen mal. Echt, Leute. Das war's doch Briggs. Briggs macht das. Briggs, besser als nix. Ich habe eine Blaupause der Polizeistation besorgt. Klingt nicht gut aus. Milizen haben sie übernommen und befestigt. Negativ. Kurven ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Briggs. Geh weiter, ich lenke ihr Feuer auf mich. Lenkt ihr Feuer auf mich. Ähm. Es kann sein, dass wir gleich kein Tod mehr haben. Das Tod-Gereich zeigt mir eine Intrigen. Nur so, zur Information, wenn wir gleich weg sind. Akustisch. Naja, wir versuchen dann den normalen Ton, den wir über die Kamera aufnehmen. Der Backup-Ton, der aber völlig schade ist. So. Na. Ist das schon runter? Nee, runterspringen kann ich nur. Briggs, du kannst nichts alles stoppen. Positionswechsel. Zieh hoch und zack. Bestätigt, ich rücke ab. Scheiße. Nee, kann ich nicht. Warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich muss die Waffe auswählen. Dann. Das darf ich schon mal aussteigen. Na, weil der mich nicht gesehen hat. Aha! Ist hier keiner, aber ich hoffe nicht. Okay, gut. Okay. Ich muss da hin. Gerafft. 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 Ich hab's drauf. Ich bin der übelste Sam Fischer. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du kannst das alles genauso cool machen. Verstanden. Drahtzeil. Machen wir einen Drahtzeil-Akt. Das ist sehr convenient, wie das da alles hängt. Und BAM! Und du hast verkackt. Nein, das nicht. Guck doch mal. Er war so perplex, dass da ein Schwarzer Mann mit grünen Lichtern vom Himmel fällt. Wo kommt ihr denn? Ich weiß es nicht. Da, hier, links. Ist immer weg. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Mir ist es schlecht. Oh oh. Ja. Oh, wie du's gemacht hast. Jetzt in Deckung gehen. Schade, 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 schade. Jetzt bist du in Deckung. So, bitte sehr, lieber Dominik. Jetzt darf ich wieder hier die Scheiße aus dem Dreck ziehen. Ne, warte mal. Geht schon gut los. Geht schon gut los. Muss die Scheiße aus dem Dreck ziehen. Ach, Moment. Das ist so schlecht. Einstellungen, ihr, äh, Steuerung. Das ist ja Quatsch quasi. Neunmal wechselt jetzt zu abartig. Du musst ans Drahtzeil und A drücken. Ach so. Oh, der Waffenkoffer. Ja, haha. Da kann ich nämlich erstmal auffüllen. Oh, das hätt ich, na gut, ja. Ja, dann hättest du's natürlich. Dann hätt ich's natürlich geparkt, ist klar. X dann, wenn's angezeigt wird. Ja. Der patrouilliert auch genau unter dem Teil. Oh, das gibt Kopfschmerzen. So. Du kannst die AK-47 aufheben, wenn du willst. Wenn du richtig Mayhem anrichten willst. Ne, wir müssen's ja nicht übertreiben. Ihr alle verteilt euch und sucht. Ah, okay. Man hätte aber auf die Umgebung achten können. Nicht Dummerchen. Wette, Mann. Aber muss man ja nicht. Noch Hälter tot. Noch haben wir tot. Hört ihr uns noch? Ne, ja. Ja, und jetzt? Jetzt wird's nämlich wieder sneaky-dicky. Wird wieder gut. Ja, doof. Wie mach ich das? Ist keiner dahin? Du musst da, wo übrigens, du musst dahin, wo dieses blaue Ding da ist. Ja, ich seh das schon. Oh, oh, da kommt einer hoch, da kommt einer hoch, da kommt einer hoch. Ja, sieht mich aber nicht, weil ich im Schatten stehe. Was? Ja, das ist doch ganz klar. Nein. 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 Das weiß man doch. Die Kiste sieht genauso aus wie ich. Offiziell, das Spiel ist scheiße. Wenn er dich da nicht sieht, ist dieses Spiel scheiße. Nein. Na klar. Du standst im Schatten. Ja, das ist der Schatten. Und ich bin der Schatten. Wir verschmelzen. Nein. Das ist nein. Nein. Shadow Merch heißt das ja auch nicht umsonst. Im Fachjargon. Ja. Ja. Ich spring mal da runter, ne? Ja. Da bin ich ja auch im Schatten. Alter, wirklich ohne Spaß. Was? Kuss im? Kuss im? Kuss wo? Kuss im? Na go. Kuss im? Kann ich auch. Der kennt es nicht. Was zum Hacker? Ah, die haben den Kollegen gefunden. Au. Obwohl du im Schatten wirst. Ja, komisch eigentlich, ne? Der Ding kann von oben, können auch welche kommen. Ja, aber die haben hier nichts zu sagen. Recht hat das Ding zwar nachladen. Naja. Wir wurden über uns entdeckt. Ah ja, genau. Und tadaaa! Ah! 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 Komm hier! Ich hab' noch! Wieso warten Sie vor der scheiß Tür? Super! Wie viel Zeit haben wir noch? In diesem Teil? Ja, zehn Minuten ungefähr. Was? Zehn Minuten? Fünf Minuten. Ja, wir haben ja nur 50 Minuten eingeschleppt. Äh, ach, das ist ja hier ärgerlich. Ah! Ah! Das ist ja Spitzenklasse! Ach! Nein, Mann, das hat's wirklich in sich. Hm? Ja, du halt, an der gleichen Stelle hattest du ja auch. Guck mal, ich kann auch runter. So, wenn ich jetzt dasselbe Argument bringen würde wie du. Ja, du kennst ja ungefähr, was schon auf dich zukommt. Ne, du hast ja nicht so weit geschafft. Ich war ja hier völlig auf mich. Alleingestellt? Ja, super. Damit Sie hier nicht auf die Idee kommen. Applaus herrschaften. Applaus. Die Steuerung ist ja auch. Ja, wirklich. Ey, wie? Alle sind schuld. Nur ich nicht. Na, ist ja ganz klar. Und zwar alle! Und zwar alle! Siehste. Vielleicht hätte ich ihn da oben auch wegräumen müssen, ne? Schnell ausschalten. Würde ich, weil... Ah, ne, du bist ja im Schatten, da sieht er dich nicht. Ja, jetzt zieht er mich plötzlich. Kuss ihm, genau. Kuss ihm. Kuss ihm. Ahhhh. Warte. Jetzt denken sie nämlich... Das klappt super, pass mal auf. Wenn jetzt einer an die Treppe hochkommt und nicht erschießt. Ich lache so. Nein, die stehen ja da. Ey, warte mal! Du hast doch Tränengas. Ich wollte auch gerade überlegen. Wie geht das? Wo ist das? Das ist hier, das Tränengas mit der... Tränengas. Tränengas? Und jetzt auf die da! Wie werfe ich das denn? Weiß ich nicht. LB. LB. Gedrückt halten nehme ich mal an. Genau. Und jetzt los! Ja, hier, ihr kriegt auch gleich noch was! Ach! Wieso geht denn? Hier! Hier! Du musst weiter heulen! Und dann so viel Monit durch. Scheiße! Meinst du, die wissen wo ich bin? Ah! Die kommen hoch! So haben wir aber nicht gerechnet. Äh, gewettet. Oh! Da hinten ist auch einer! Wo ist denn der hergekommen? Wo geht der hin? Boah, hab ich ja runtergesprungen. Er hat Selbstmord begangen. Ah nein, da ist er! Da ist er! Das ist der complete debacle! Das ist er echt! Stealth vom allerfeinsten! Stealth am Arsch hier! Wechsel die Waffe! Ja, Mann! Du hast dafür nur drei Schuss! Habe ich nicht irgendwo... Hier ist eine andere! Die MP7! Ja, klar! Komm! Ja, rotz raus, was du hast! Wer braucht schon Stealth? Ja! Wer braucht schon Stealth? Ganz ehrlich! Ist der nicht auch? Ja, aber weißt du, wer braucht schon Stealth? Ja! Das fand ich mir auch! Ah, komm, wir spielen das hier! Willkommen, liebe Freunde, zu Call of Duty! Mit Sam Fischer! Ja, ich sehe keine Gegner mehr! Siehst du Gegner? Die sind unten und warten! Da waren doch bestimmt sechs Gegner! Du hast ja mal drei ausgeschaltet! Ja, aber die anderen mache ich auch noch! Pass auf! So! Die machen wir noch und dann machen wir... Dann machen wir hier... Cut! Redet mit mir! Redet mit mir! Können sie nicht! Haben ein paar Kugeln im Gesicht! Nicht, dass sie hier im Schatten sitzt! Da muss man aufpassen! Ja, denn da siehst du sie nämlich nicht! Da sehe ich sie nicht! Da ist einer! Da ist einer! Hallo! Auf die rüber! Ich habe ja auch gar nicht mehr so viel Schuss dafür! Ne! Was ist denn das für eine... Was ist denn... Wieso macht er das hier nicht... Super! Super! Ja, das ist nicht so leicht! Ich habe keine Ersatzmagazine! Ah! Ah! Einen habe ich noch! Einen habe ich noch! Es ist so... Wir haben jetzt wirklich alles verballert an diese Jungs da! Granate los! Go Pikachu! Oh nein! Warte! Warte! Granate los! Go Pikachu! Ist klasse! Das ist der Satz der Sätze! So hättest du es natürlich auch machen können, weißt du? Lass hier nicht irgendwo eine AK oder sowas rum? Super! Wirklich! Da hier! Aber den Teaser ich! Hier! Taser ich! Den Teaser ich! Das kommt auf dich zu! Pass auf! Hier! Achtung! Jetzt hier AK! Herzlich willkommen zu Call of Duty liebe Freunde! Und? Du musst da hin! So! Aber das machen wir jetzt hier! Schluss! Du musst die Treppe rauf! Ja! Ne runter! Ey wirklich! Es ging hier alles schief was schief gehen konnte! Ja das ist halt... Im Einsatz ist es nicht immer leicht! Wollen wir hier einen kleinen Break machen? Machen wir hier einen kleinen Break würde ich auch sagen! Ach das war ja eine schwere Gewo... Also es ist... Es macht es halt nicht leicht da wieder rein zu kommen! Dabei haben wir letztens erst ein Schleichspiel gespielt! Ja! Wobei wir da auch schon... Da war auch schon abzusehen, dass es nicht so unser Genre ist! Ne das es nicht so unser Genre ist! Aber das war schon abzusehen beim ersten Splinter Cell! Oder bei Assassin's Creed! Bei unserem allerersten... Wobei das haben wir zusammen gespielt! Da konnten wir quasi unsere Schwächen ausgleichen! Wie sollen wir wenn wir beide schlecht sind im Stealth da irgendwelche Schwächen ausgleichen? Wir haben mehr Feuerkraft einfach! Man erkennt wie gesagt wie oft wir entdeckt wurden! Mein Bier ist alle! Ja meins auch gleich! Ja liebe Freunde das war der erste Teil von dreien diesmal! Oh man! Aber es wird besser! Keine Sorge! Mit Splitter Cell Blacklist! Dem Knüller! Dem Knüller! Bisher macht es einen guten Eindruck! Ja! Sieht sehr schön aus! Wahrscheinlich durch dieses HD Texturen Pack! Ja! Was wir sonst aussieht! Was wir anderthalb Stunden lang installiert haben! Ja! Genau! Liebe Freunde seid bereit! Nächsten Samstag! Ansonsten liken, subscriben und kommentieren! Genau! Und verpasst die anderen Sachen nicht auf unserem Kanal! Und ihr wisst ja wie das läuft! Wir sehen uns nächste Woche mit ein bisschen mehr Skill! Hoffe ich mal! Mach's gut! Tschüss!